Ich muss mir ein Signal geben, oder? Eigentlich nicht. Ich gehe in der Szene, wo er den anschreit. Ja, genau. Wo er den anschreit. Ich musste einen entschlossenen Gesichtsausdruck haben. Glaube ich. Ich wollte nur nichts holen. Jetzt. Was hast du hier? Ich habe schon wieder merkwürdig geträumt. Aber nicht schon wieder von Saskia, oder? Nein, nein. Irgendwie komisch. Ja, voll unrealistisch. Eine katastrophale schauspielerische Leistung. Fast so wie bei verbotenen Liebe. Ja. Hallo. Na, wie geht's so? Geht's? Ganz gut. Ja. Im Prinzip können wir einfach reden? Ja, ihr könnt einfach aufstehen und anfangen zu reden. Man braucht halt die Bewegung. Im Bild. Ja, los. Siehten von Kopf. Ja. Vielen Dank.